ja hallo liebe freunde ein weiterer tag in dieser wunderbaren stadt in bangkok in thailand und ich befinde mich hier vor meinem absoluten lieblingshotel nämlich dem so sofitel bangkok und heute möchte ich mit euch mal wieder eine street food tour machen ich gehe auf einen ganz besonderen markt den findet man auch nicht so einfach das ist nämlich ladmayon in tomburi ja und das ist wirklich ein ganz besonderer markt ihr werdet das sehen denn dieser markt befindet sich an sich teilweise auf dem wasser auch daneben gibt es viele stände aber entstanden ist das eigentlich aus der idee auf dem wasser einen markt zu veranstalten nämlich ein typischer floating market schaut euch an wahnsinnig viel los denn es war sonntag und da sind auch alle menschen aus bangkok unterwegs und gehen dort hin und essen lecker das sind also nudeln mit verschiedenen einlagen auf den Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wow, cool. Hier ist es in den Center. Ja. Wow. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.